Moin und herzlich willkommen zum Suchmaschinen-Marketing MOOC. Mein Name ist Erik Horster, ich bin Professor an der Fachhochschule Westküste mit den Schwerpunkten digitales Marketing und Tourismusmanagement. Wenn ich unterrichte und dann über das Thema Suchmaschinen- Marketing oder digitales Marketing allgemein referiere, dann kommen häufig immer noch Studenten zu mir, meistens wenn sie kurz vorm Abschluss stehen und sie haben eine brillante Geschäftsidee. Häufig kenne ich diese Geschäftsideen schon und muss dann eben die Erwartungen, die an das Internet stehen, ein wenig dämpfen. Sie haben nicht mehr so wie noch vor 10-15 Jahren die Möglichkeit eben mit einer recht einfachen Idee einen großen Geschäftserfolg zu erwirken. Die Idee muss vor allen Dingen innovativ, kreativ sein. Dann besteht immer noch Potenzial, aber dazu paart sich jetzt, dass sie die Grundkenntnisse eben auf jeden Fall brauchen zum Thema Suchmaschinen-Marketing. Dieses Know-how möchte ich Ihnen gerne vermitteln und in diesem Kapitel insbesondere auf die grundlegenden Funktionen eingehen. Also wie funktioniert Google AdWords und wie funktioniert das Suchmaschinen-Marketing in seinen Grundzügen?